Musik Liebe Zuschauer, ich hoffe, Sie haben die Ostertage gut überstanden. Gestern habe ich Sie noch verabschiedet mit Wir sehen uns hier bald wieder. Bald kann auch ganz schnell sein und so begrüße ich Sie heute, Punkt 19 Uhr, zu einer neuen Ausgabe von 04+. Wir haben wieder die relevanten Themen für Sie zusammengefasst. Unter anderem waren wir zuletzt in Kolditz. Denn dort auf dem Kolditzer Markt gab es auch eine Kundgebung für Demokratie, Weltoffenheit und Zusammenhalt. Etwa 200 bis 250 Teilnehmer folgten diesem Aufruf. Musikalisch mit der Dresdner Gruppe Banda Kommunale startete auf dem Kolditzer Markt die Kundgebung für Demokratie, Weltoffenheit und Zusammenhalt durch Teilhabe. Nach Angaben der Veranstalter waren etwa 200 Teilnehmer auch aus benachbarten Städten am Nachmittag des 24. März in die Muldestadt gekommen. Unter den Demonstrierenden waren außerdem Kolditzer Geschäftsleute. Den Reigen der Redner eröffnete Bürgermeister Robert Zillmann. Er freute sich, dass dieses Fest für Demokratie für etwas steht und nicht dagegen. Zillmann wehrte sich gegen die mediale Wahrnehmung seiner Stadt. Diese geriet nach einer Razzia im Drogenmilieu bundesweit in eine Negativberichterstattung. Ich hatte vor kurzem ein super Gespräch mit zahlreichen engagierten Gewerbetreibenden aus Kolditz. Die haben mich gefragt, was hat eigentlich der Bürgermeister gemacht, um dieses Bild besser zu machen, besser darzustellen. Und ich habe genau gesagt, was ich immer wieder gemacht habe. Ich habe breit ausführlich berichtet, was eigentlich in Kolditz hier alles Gutes gibt. Wir haben eine engagierte Jugend. Wir haben wunderbare Kulturmarktinitiative. Wir haben, und das muss man immer wieder sagen, eine gelungene Integration einer sehr hohen Zahl an Geflüchteten, die durch sehr große ehrenamtliches Engagement hier wirklich super integriert sind. Leider wird dieses Bild so nicht dargestellt, sondern immer wieder nur eine Seite. Und diese Entfremdung, diese Lebenswirklichkeit, die wir hier haben, die wurde leider nicht dargestellt. Und das ist die Frage, was können wir dagegen tun? Sollen wir uns einfach hinstellen und sagen, Staatspropaganda, Medienapparat, wir drehen uns alle weg? Nein, ich glaube, das ist das Falsche. Ich glaube, wir sollten im Gegenteil, wir sollten fragen, was können wir alle tun? Nicht nur der Bürgermeister, bei dem gehört es zum Jobprofil dazu, positiv zu reden über eine Stadt. Viel wichtiger ist es doch, dass wir alle miteinander positiv reden, miteinander, übereinander und mit den Gästen und auch mit den Medien, die uns besuchen. Und lassen Sie uns zeigen, was für eine tolle Stadt wir sind. Denn wir sind vielfältig, wir sind offen und die Kolditzer sind, wenn man sie kennengelernt hat, sehr, sehr herzlich. Betonte der Bürgermeister. In seiner Rede warb er für das Verbindende und zitierte dazu auch Ulrich Jasmer, den neuen evangelischen Pfarrer in Kolditz, welcher übrigens ebenfalls auf der Rednerliste stand. Ich freue mich sehr, dass wir einen neuen evangelischen Pfarrer haben. Der hat vor kurzem in einer Predigt was ganz für mich Kluges gesagt. Denn er hat gesagt, was Demokratie wirklich mit ausmacht, das ist das Miteinander streiten. Und das ist auch das Kritisieren. Aber eins sollen wir uns immer mit bedenken, und da hat er recht, das Trennen des menschlichen Werkes vom Menschen selber. Das menschliche Werk, das kann kritisiert werden, be- und verurteilt werden, aber immer ohne den Menschen dahinter ebenso mit in den Schlamm zu ziehen. Das ist eine ganz zentrale Aussage. Und wenn wir das auch immer wieder erleben, bin ich mir sicher, dass Demokratie hier vor Ort bei uns in Kolditz leben und wachsen wird. Noch weiter. Und wenn das überall der Fall ist, dann haben wir kein Problem im Land oder auch im Bund, weil wir dann merken, welchen Mehrwert wir haben. Und dann brauchen wir auch nicht populistischen Parteien oder sonstigen dahergelaufenen Hinterherrennen, sondern wir können einfach Demokratie leben, miteinander und füreinander. Und sie zeigen heute mit ihrer Anwesenheit, dass sie für das Miteinander, nicht das Gegeneinander und das Herabwürdigen oder Höhen von Gruppen eintreten. Sie zeigen das Wahre, das demokratische und vielfältige Gesicht unserer Stadt. Ulrich Jasmer ist seit Januar 2024 evangelischer Pfarrer in Kolditz. Er rief zu respektvollem Miteinander auf. Auch die Bundestagsabgeordnete Franziska Maschek trat ans Mikrofon. Wir diskutieren gern, wir streiten sehr gern miteinander. Wir ringen um die besten Lösungen, aber andere Menschen zu verletzen und dann vielleicht auch noch außer Landes zu schicken oder was auch immer einem so einfällt, da ist die Grenze. Und was ich denke, ist, dass vielen Menschen das gar nicht mehr bewusst ist. Sie wissen nicht mehr, wo die Grenze ist. Sie wissen nicht, was ein demokratischer Diskurs ist. Sie wissen nicht, wie man streitet, wo man andere verletzt oder wo man besser einfach mal sich einen Schritt zurücknimmt und zuhört. Und ich wünsche mir, und jetzt rede ich vielleicht gar nicht mehr als Bundestagsabgeordnete, sondern vielleicht als Mutter oder vielleicht als Sozialarbeiterin. Ich wünsche mir, dass wir es wieder schaffen und das wünsche ich mir auch heute von Ihnen nach diesem Fest, das wir heute feiern. Dass wir rausgehen und weitere Menschen anstecken und sie ermutigen zu diskutieren, die besten Lösungen zu finden. Und manchmal ist es auch nur die zweitbeste Lösung, aber mit der können alle leben. Und ein bisschen funken von dieser Demokratie, die wir heute feiern, mit rauszunehmen, rauszutragen, um mit den Menschen rauszugehen und zu gucken, was können wir für unseren Ort tun, für unsere Region und für unser Land, am Ende für Europa und vielleicht ein bisschen größer gedacht für eine bessere Welt. Auf der Rednerliste stand mit Wolfram Günther der stellvertretende Ministerpräsident des Freistaates Sachsen. Der Politiker erinnerte daran, dass Demokratie und Meinungsfreiheit kein Geschenk sind. Unsere Demokratie ist in Gefahr, appellierte Kerstin Köditz, die linke Landtagsabgeordnete für die Region Grimma. Unsere Demokratie ist in Gefahr durch Rassismus, Antisemitismus, Homophobie, Nationalismus und Chauvinismus, Frauenverachtung, Ausgrenzung von Menschen mit Beeinträchtigungen, Wissenschaftsfeindlichkeit und stattdessen Verschwörungsfantasie. Und Verächtlichmachung unserer Demokratie. Und all dies ist nicht plötzlich geschehen. Es ist über Jahre gewachsen, konnte wachsen, weil so viele Verantwortliche das Problem nicht gesehen haben oder es nicht sehen wollten. Auch Landrat Henrik Reichen war nach Kolditz gekommen. Er stellte die in Deutschland herrschende persönliche Freiheit und den Wohlstand heraus. Auf dieser Basis des Grundgesetzes, wir uns ein Land entwickeln konnten mit einem Höchstmaß an wirtschaftlichen und sozialen Wohlstand. Und in dieser Kombination werden Sie weltweit kaum ein anderes Land finden, was diese beiden Voraussetzungen verbindet. Ein höchstes Maß an persönlichen Freiheiten und ein höchstes Maß an sozialen und wirtschaftlichen Wohlstand. Dies gilt es zu verteidigen. Vielen Dank, dass Sie heute alle da sind. Für Frieden, für Demokratie, für Weltoffenheit und für Zusammenhalt. Alles Gute und vielen Dank, dass Sie Gesicht zeigen. Der katholische Pfarrer Andreas Leuschner sagt, die Würde des Menschen ist unantastbar und machte auf die ökumenische Initiative für alle mit Herz und Verstand im Wahljahr 2024 aufmerksam. Kolditz ist bunt, Kolditz soll bunt bleiben. Und da ist wohl diese Initiative ein kleiner Baustein dazu. Zwischen den Reden und auch danach spielten die Musiker der multikulturellen Formation von Banda Kommunale auf. Mit ihren beschwingten Rhythmen forderten sie zur tänzerischen Teilhabe auf, beim Fest für Demokratie und auf dem Marktplatz in Kolditz. Jetzt folgen die Nachrichten im Überblick. Kommen wir zu den Nachrichten. Der Arbeitsmarkt im Monat März. Die Arbeitslosigkeit im März ist leicht gesunken, während die Personalnachfrage stabil blieb, so Susann Heine, Chefin der Arbeitsagentur. Die Beschäftigungsaufnahmen blieben auf Vorjahresniveau, was positive Signale in einem herausfordernden, konjunkturellen Umfeld sind. Ricardo Donath vom Jobcenter Nordsachsen betont die Bedeutung der beruflichen Weiterbildung. Im Landkreis Nordsachsen sank die Arbeitslosigkeit um 114 Personen, blieb aber im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert. Im Landkreis Leipzig ging die Arbeitslosigkeit um 34 Personen zurück, während sie im Vorjahresvergleich um 647 Personen zunahm. Insgesamt erhielten 8.666 Menschen in Nordsachsen und 10.829 im Landkreis Leipzig Grundsicherungsleistungen. Investitionen in den Feuerwehrnachwuchs. Sachsens Innenminister Armin Schuster überreichte dem Landesfeuerwehrverband Sachsen e.V. einen Fördermittelbescheid über 750.000 Euro. Dieser unterstützt die Verbandsarbeit und insbesondere die Jugendfeuerwehren im Freistaat. Die Förderung ist von entscheidender Bedeutung für einen zukunftsfähigen Brandschutz, da sich über 17.000 Jugendliche engagieren. Im Jahr 2024 sind allein 600.000 Euro für die Jugendfeuerwehren vorgesehen, davon 150.000 Euro für landesweite Projekte. Zusätzlich unterstützt der Freistaat die allgemeine Verbandsarbeit mit 100.000 Euro. Diese Investition unterstreicht das Engagement Sachsens für den Feuerwehrnachwuchs und die nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr. Neubau von Geh- und Radweg entlang der S45 bei Klinger beginnt. Ab dem 8. April starten die Bauarbeiten für einen neuen Geh- und Radweg entlang der S45 zwischen Ursausgang Klinger und der Einmündung S49. Der 500 Meter lange Weg wird im vierten Quartal diesen Jahres fertiggestellt sein. Neben einer Querungsstelle und einem 2,50 Meter breiten Radweg auf der westlichen Seite der S45 werden auch Versickerungsgräben und Mulden für die Entwässerung errichtet. Dieses Vorhaben, Teil des 100 Kilometer Radwegeprogramms des Freistaates Sachsen, erhöht die Verkehrssicherheit und schließt eine Lücke im Radwegenetz zwischen Klinger und Partenstein. Während der Bauzeit gibt es Verkehrseinschränkungen, jedoch wird eine Umfahrungsstrecke eingerichtet und nach Abschluss der Vorarbeiten wird der Verkehr durch eine Ampelanlage geleitet. Die Baukosten von etwa einer halben Million Euro werden vom Freistaat Sachsen finanziert. Erfolgreich verloren hat Wurzens Oberbürgermeister Marcel Buchter die Stadtwette im Rahmen des Wurzner Nachtshoppings. Zum Start in die 27. Auflage des Shopping-Events wettete der Oberbürgermeister gegen den ATSV, dass der Verein es nicht schafft, auf dem Parkhausdach den DFB-Pokal nachzustellen. Eine Leichtigkeit für Verein, Freunde und Unterstützer, wie sich zu Beginn der Veranstaltung zeigte. 500 Euro gehen nun in die Kasse des Fußballvereins, der das Geld für das internationale D-Jugendturnier einsetzen wird. In diesem Jahr geht es für die Nachwuchsfußballer dafür wieder nach Frankreich, wo mit vielen internationalen Gästen und Fußballfreunden einige Tage verbracht werden. Dafür sucht der Verein noch weitere Unterstützung und freut sich über jede Zuwendung. Mit erfolgreich gewonnener Wette ging es dann in die Wurzner Nacht zum Shopping in die Innenstadt. Ausgezeichnet für Kinder Muldental-Kliniken erneut geehrt. Die Kinder- und Jugendabteilung der Muldental-Kliniken wurde erneut mit dem Gütesiegel ausgezeichnet für Kinder 2024-2025 ausgezeichnet. Das Gesundheitsministerium in Schleswig-Holstein, derzeitiger Vorsitzender der Gesundheitsministerkonferenz, übernahm die Schirmherrschaft für diese Anerkennung. Die Chefärztin Dr. Katrin Kröger betonte die Bestätigung der hohen Qualität der medizinischen Betreuung für Kinder und Jugendliche. Die Geschäftsführerin Julia Alexandra Schütte sieht die Auszeichnung als Bestätigung für die hervorragende Arbeit und betont die erstklassige Versorgung der Patienten in den Muldental-Kliniken. Das Gütesiegel dient Eltern als wichtige Orientierungshilfe bei der Suche nach einer geeigneten Kinder- und Jugendklinik. Landrat lädt zur Eröffnungstour auf dem neuen Sachsen-M-Radweg ein. Am 6. April wird die neue Fahrradroute Sachsen-M offiziell eröffnet. Nordsachsens Landrat Kai Emanuel führt eine 29 Kilometer lange Teilstrecke des 280 Kilometer langen Rundkurses an. Die Eröffnungstour startet um 11 Uhr auf dem Eilenburger Marktplatz und führt bis zum Leipziger Hauptbahnhof mit einem kurzen Zwischenstopp in Höhe Limena. Die Rückkehr per öffentlichen Verkehrsmitteln ist möglich. Die Route von Nordsachsen über den Landkreis Meißen und den Landkreis Leipzig bis Leipzig führend ist mit dem grün-blau-weißen Logo des Sachsen-M beschildert. Sie verbindet verschiedene touristische Radrouten und bietet gute Nahverkehrsanbindungen sowie Übernachtungsmöglichkeiten. Interessierte an der Eröffnungsetappe können sich per Mail an tourismus.lra-nordsachsen.de anmelden. Die ersten Monate des Jahres sind meist Zeit für die Jahreshauptversammlung bei den Feuerwehren, so auch in Hohenstedt. Am Abend des 15. März hatte die Freiwillige Feuerwehr Hohenstedt zu ihrer alljährlichen Jahreshauptversammlung geladen. Dazu konnte der stellvertretende Wehrleiter Tino Kiesig fast alle Kameradinnen und Kameraden der Ortswehr begrüßen und auch zahlreiche Gäste. Darunter waren auch Oberbürgermeister Matthias Berger, Stadtrat Marco Neumann, Kreisbrandmeister Nils Adam und Steffen Kunze, Sachgebietsleiter Brandschutz der Stadt Grimma und Förderer der Wehr. In seinem Rechenschaftsbericht blickte Wehrleiter Thilo Krause auf das Jahr 2023 und die insgesamt absolvierten Einsätze zurück. Ausgebrückt sind wir achtmal zu klein und mittelbrennen, neunmal zu BMA, 31mal technische Hilfe. Technische Hilfe gliedert sich auf in viermal Tragehilfe, fünfmal Verkehrsunfall, zweimal Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen, fünfmal ABCÖ, fünfmal TH-Bau, siebenmal Hochwasser und dreimal TH-Solstiges. Der Wehrleiter ließ sich nicht neben den Kameradinnen und Kameraden für den ganz besonderen Einsatz während des Weihnachtshochwassers zu danken. Bei dem Pegel tritt die Mulde über den Ufer und überschwemmt zuerst den Fuß und Radweg Richtung Völlische Wiesen. Wir sind gegen sechster Teil des Eis gerückt und haben den Erftrag erfüllt. So konnte ca. bis zum 25.12.8 Uhr das Tor geschlossen gemeldet werden. Am 24.12.8 Uhr wurden die Wehrleiter zur Besprechung ins Geräteheißen Krimmer gerufen. Unter Absprache mit allen Beteiligten mit der Erwahrung der Schließung der Hausanlageteils gereicht. Am selben Tag ernanen wir die erste Bestreifung der Anlage bis zum 25.12.8 Uhr. Danach übergaben wir die Erfgabe an die Feuerwehr Krimmer. Am 27.12. ging es zum letzten Mal im Jahr 2023 nach Krimmer an die Mulde. Wir hatten die Erfgabe das Tor an der Püppelbandbrücke wieder zu öffnen, damit der Bauhaus erste Erfgabe arbeiten überspüren konnte. Nochmal einen großen Dank an alle Einsatzkräfte, die über Weihnachten eine großartige Leistung mit insgesamt 162 Einsatzstunden geleistet haben. Ich danke den Familien, der Feuerwehrleute für selbe Verständnis. Weiterhin wurden durch die Kameradinnen und Kameraden mehrere Lehrgänge besucht. Die Weiterbildung erfolgte bei sieben Gemeindelehrgängen und sechs Lehrgängen an der Landesfeuerwehrschule. Darunter waren die für Atemschutzgeräteträger, Ausbilder, Zugführer und Ausbilder Digitalfunk. Übungsdienste gehörten ebenfalls zum Ausbildungsgeschehen. Ein paar Punkte zur Ausbildung. Ein Übungsdienst, der jeden Freijahr zwischen 20 und 21.30 Uhr stattfindet, haben wir unsere Ausbildung immer auf dem aktuellsten Stand verbessert. So dass wir auch wieder in diesem Jahr 50 Übungsdienste an 90 Minuten durchgeführt haben. Am Jahr Teil 23 lag der Fokus auf der technischen Hilfe bei Verkehrsmodellen. Umgang mit Schärfe und Spreizer, Absicherung von Einzelstellen im Verkehrsraum und erster Hilfe bei Verletzten. Es wurde aber nicht nur technische Hilfe geübt. Im Alp-Ost konnten wir bei der Firma Fahn im Gewerbegebiet das Firmengelände nutzen, um einen Löcherangriff durchzuführen. Sowie die Handhabung der Brandmänneranlage nochmal vertiebt. Ein ganz besonderes Highlight für die 44 kräftestarke Wehr mit ihren 39 aktiven Kameradinnen und Kameraden war der Umbau ihres Löschgruppenfahrzeugs LF10 zum Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF10. Florian Knochenmus zog Bilanz zum Einsatzgeschehen der Drohnenstaffel des Landkreises Leipzig im vergangenen Jahr. Von den insgesamt 74 Einsätzen leistete die in Hohenstedt stationierte Einheit 29. Zu den Aufgaben gehörten der Gebäudebrand in Döben, mehrere Feld- und Waldbrände, ein PKW im Kospudener See und das Hochwasser 2023. Veranstaltungen wie das Highfield wurden gemeinsam mit Kräften aus Frankenhain ebenfalls betreut. Auch auf Landes- und Bundesebene konnte sich die Drohnenstaffel einbringen, resümierte Florian Knochenmus. Oberbürgermeister Matthias Berger sprach den Einsatzkräften der Hohenstädter Wehr seinen Dank aus. Er hob die fortschrittliche und innovative Herangehensweise an den Brandschutz bedingt durch die Neuerungen im letzten Jahr hervor. Auch Steffen Kunze, der Sachgebietsleiter Brandschutz der Stadt Grimma und stellvertretender Kreisbrandmeister dankte den Hohenstädtern für ihre Einsatzbereitschaft und lobte die gute Zusammenarbeit. Anschließend ging es zu den Ehrungen und Beförderungen. Hier wurde der Kamerad Maurice Fritsche zum Hauptfeuerwehrmann, die Kameraden Marcel Krause und Florian Knochenmus zum Hauptlöschmeister und Kamerad Philipp Hofmann zum Brandmeister ernannt. Der Kamerad Detlef Neumann wurde für 40 Jahre aktiven Dienst in der Feuerwehr mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen am Bande in Gold ausgezeichnet. Des Weiteren wurde er offiziell in die Alters- und Ehrenabteilung überstellt. Philipp Hofmann erhielt die Verdienstmedaille des Kreisfeuerwehrverbandes des Landkreises Leipzig für sein besonderes Engagement beim Aufbau im Rahmen der Drohnenstaffel des Landkreises. Die Firma NewTek überreichte der Hohenstädter Wehr eine Spende in Form von neuen Schwelleraufsätzen für das Rettungsgerät und weiteres Zubehör für die technische Hilfeleistung. Nach dem Offiziellen ging es in den geselligen Teil des Abends über. Gestern war es recht stürmisch, heute recht durchwachsen. Wie das mit den Wetteraussichten weitergehen wird, das sagen wir Ihnen jetzt. Am 3. April wird in den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen ein wechselhaftes Wetter erwartet. Morgens ziehen einige Wolkenfelder durch die Region, jedoch ist auch mit sonnigen Abschnitten zu rechnen. Die Temperaturen liegen am Morgen bei Ei etwa 7 Grad. Im weiteren Verlauf des Tages lockern die Wolken auf und die Sonne kommt vermehrt zum Vorschein. Die Temperaturen steigen tagsüber auf angenehme 18 Grad. Gegen Nachmittag können vereinzelt kurze Regenschauer auftreten, die jedoch nicht von langer Dauer sind. Am Abend klart es wieder auf und die Temperaturen sinken auf etwa 10 Grad. In der Nacht bleibt es größtenteils trocken. Insgesamt erwartet die Region Leipzig und Nordsachsen ein Mix aus Sonne, Wolken und vereinzelten Regenschauern. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Schauburg mit einer Dauer aus Sanktiens, Wolken in den Vierer sich von der Dauer aus 20 Grad. Berezt das Tier Türen ein Laden. Noch eine Dauer auf eine Stelle beim M2. Passiere Fertig, die Dauer abonella Das Tier der Dauer aus Sanktiens hat eine gewünschte Reihe. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.